Hallo und herzlich willkommen zu Disneyland Adventures. Mein Name ist Knorkel, ich freue mich, dass du dabei bist. Ariel hat gerade eine fragwürdige Aussage getätigt und zwar hätte sie gerne, dass Fabius das hier auch alles sehen würde. Heißt für mich im Umkehrschluss, Ariel hat ja anstatt den Flossen jetzt Beine. Hätte dann Fabius auch Beine und wie würde das aussehen? Ich stelle mir das gerade bildlich vor und ich glaube, das weiß ich nicht, komme ich nicht ganz drauf klar. Wo ich drauf klarkomme ist, dass wir heute die Gabel alias den Dingelhopper finden müssen und dafür führt mich der goldene Schweif dort vorne hin. Warum muss ich denn hier unbedingt rumgehen? Weil das hier kürt? Nein, weil das viel komplizierter ist, sagt der goldene Schweif, du musst hier rumgehen. So, da haben wir jetzt nochmal, bald haben wir sie alle. Wir haben jetzt schon drei von fünf. Sensationell. Hier sind noch ein paar Münzen, die nehmen wir natürlich mit, weil man kann ja nie genug Münzen haben. Wir versuchen jetzt, als nächstes Ziel sind die zwei Millionen und wir müssen ja eine richtig weite Strecke diesmal laufen. Okay, ich habe jetzt damit gerechnet, dass hier um die Ecke ist. Da ist ein goldener Apfel, den nehmen wir natürlich noch mit. Bald sind hier überall nur noch Gegenstände und wir brauchen den goldenen Schweif gar nicht mehr. Wir nehmen das dann immer, wir laufen einfach die Route und dann finden wir hier sämtliche Sachen. Habt ihr eine schöne Fahrt? Ja, das ist ja schön. Die hätte ich auch gerne, aber naja, ich darf leider nicht. Mist, hab die Vollversion nicht. Wo müssen wir denn jetzt hin? Entschuldigung, wir sind ja bald wieder im Futureland. Sind wir hier im Futureland bald? Ähm, ja, okay. Man muss sagen, der Dinglehopper ist natürlich eine zukünftige Gabel, deswegen würde das auch schon ganz passen. Äh, goldener Schweif, warum lässt du mich jetzt gerade alleine? Kann das sein, dass du mich vergessen? Was ist das denn da? Warte mal, da ist so Nuss. Die müssen wir auch sammeln. Und Muscheln. Gut, dann nehmen wir das hier auch nochmal alles mit. Äh, Muschel. Ja, danke. So, goldener Schweif. Achso, hierrum. Ja, Entschuldigung. Willkommen in Tomorrowland. Nicht Futureland, Tomorrowland. Selbstverständlich. Ich hab mich da vorhin ein bisschen versprochen. Wir müssen, äh, Dinglehopper alias Gabel, wo auch immer. Alter. Achso. Oh, wir dürfen eine Attraktion fahren mit Nemo. Bitte lass die besser sein als Pirates of the Caravine. Bitte lass die besser sein als Pirates of the Caravine. Bitte lass die besser sein als Pirates of the Caravine. Oh, ich hoffe es. Es gibt auch nur drei Kapitel. Und wir haben einen komisch aussehenden Fischanzug. Okay. Okay. Auf jeden Fall müssen wir jetzt Nemo finden. Im Korallenreef. Und ich weiß gar nicht mehr, wo müssen wir denn den Dinglehopper finden? Um dich herum bewegen. Lehne mit LS. Okay. Mit A kann ich springen. Mit B kann ich ducken. Und ansonsten müssen wir noch halt Sachen finden. Okay, alles klar. Hab ich gecheckt. Jetzt sag bitte nicht, wir sind Nemo. Oh, ne. Boah, ich hab schon gedacht. Hallo, ich bin Nemo. Synchronstimme. Okay, die haben jetzt schon gewonnen. Dudes? Hat der vorhin Ehre gesagt? Ja. Das sieht auch sehr toll aus. Und ihr habt Synchronstimme. Auf geht's, los. Was muss ich machen? Achso. Ich zähle noch. 19. Ähm. 16. Okay, ich kann nur vor und zurück. 15. Achso. Okay, alles klar. Ich verstehe. 11. Nur noch 10, Leute. 10. 7. Achso. Ich dachte, ich könnte da jetzt schwimmen. Ja. 2. 1. 0. Junge. Hier gibt's aber sehr viele Münzen. Wie erwischt. Achso. Ich muss mich verstecken. Hm. Ja, blöd. Okay, steuern. Ist okay. Ist das nicht cool hier? Ja, absolut. Bereit? Okay. Okay, ich versteck mich hier hinter. 20. Ich zähle noch. 19. 16. Ah. Kann ich mich noch woanders verstecken? 15. 12. Da könnte ich mich verstecken. Oh. Nur noch 10, Leute. 10. 7. Jetzt bin ich gespannt. 6, 4, 3, 2, 1. Ich bin 1 mit der Boje. Ich komm und such dich. Das ist so cool. Du versteckst dich ganz schön gut. Du du rockst. Willst du noch ein cooleres Teil des Riffs sehen? Absolut. Na los. Vor allem, wo finde ich die Dingelhopper? Boah, das ist so geil. Ich zähle, versteckst du dich. Okay. Hinter den Fischen. 20. Ich zähle noch. 19. Ich versteck mich hin. 16. Ja. 15. 12. Ehre. 11. Nur noch 10, Leute. 10. 7. Wow. Sechs. 4. 3. 2. Ich bin ein Roboter. Ich bin ein Fischroboter. Okay, das ist sehr cool. Und die Musik dabei. Super versteckt, Leute. Danke. Jetzt spielen wir in den Meeresschwemmen. Mir nach. Alles klar. Ich komme. Oh, das macht wieder Spaß. Wow. Sehr gut. Gut. Ich zähle und du versteckst dich. Alles klar. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich zähle noch. Wo versteckt man uns hin? 19. Gut. Du hast. Ich kann mich nicht entscheiden. Oh, guck mal. Ich kann damit spielen. 15. 11. Ich kann damit Kopfball machen. Ich habe noch 10, Leute. 10. 7. Ja. Ich nehme das hier. 4. 3. 1. 0. Wuhu. Ich komme jetzt. Sind alle bereit? Ja. Ja. Bin ich. Ich komme überhaupt nicht zählst. Sollen wir zu den alten Ruinen? Dann los. Ja, dann los. Los, 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 los. Oh, das ist wirklich toll. Wow. Sehr gut. Auch wenn ich anfangs nicht gecheckt hatte mit dem Versteck. Ich wollte einfach nur die Münze. Ich war so gelbgeil. Muss ich jetzt machen. Ich zähle noch. 19. Echt krass. 16. Aber hier sind keine Dingelhopper, ne? 11. Die Zeit hat 10, Leute. 10. 7. Sehr gut. 6. 6. 3. 2. 1. Warum macht er das? Hast du das gesehen? Hinterlistiger Angriff. Psst. Wir müssen uns verstecken. Und? Du. Du rockst. Natürlich. 4 Sterne. Wäre nicht das Finale? Ja. Finale. Oh. Finale. Oh. Na, na. Na, 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 na. Okay, hier können wir uns hinter verstecken. Oder hinter der Boje. 20. Ich zähle noch. 19. Es sieht ein bisschen aus wie Mr. Craps, ne? 15. 12. Super, du. 11. Ne, man hat noch 10, Leute. 10. 7. Verstecken. 6, 4, 3, 2, 1, 0. Hast du das gesehen? Die hat mich wieder angegriffen. Ich bin eine Koralle. Ich bin eine Koralle. Mich sieht keiner. Ich bin eine Koralle. Ich bin eine Koralle. Ich bin eins mit der Koralle. Uh. Hat der gerade Spanisch mit mir gesprochen? Das war ein Spaß. Danke fürs Mitspielen. So. Gib Flossi, Junge. Wollen wir uns das Frag ansehen? Ist ziemlich unheimlich. Ja, dann. Hast du Angst, Dude? Okay, wer zuerst dort ist. Oh, der zieht mich sogar. Guck mal. Aber es gab kein Dingelhopper da. Hab ich nicht gesehen. Nächste Kapitel. Wir gehen nach Bruce. Bruce. So. Links, rechts. Okay. Mit A kann ich nach oben. B nach unten. Und X. Was? Wenn du schneller werden musst. Okay. Alles klar. Wow. Kommt, Leute. Ihr braucht keine Angst zu haben. Hallo, Nemo. Oh, die Stimme. Bruce. Hi. Wir wollten nur... Spielen. Keine Sorge. Kein Grund, Angst zu haben. Ich hatte schon seit fünf Monaten keinen Fisch mehr. Du kennst doch das Motto. Fische sind Freunde, kein Futter. Das ist... Wow. Das ist toll, Bruce. Wirklich toll. Mhm. Ich muss nur... Ah. Ach. Kein Grund. Blut. Oh je. Grob zu werden. Okay. Wir müssen vor dem Hai abhauen. Ja gut. Schneller. Schneller. Schwimm schneller. Ich will nicht gefressen werden, Mann. Ich hab grad Panik. Heute gibt's wieder Fisch. Ich hab Panik, Mann. Ich hab Panik. Ich glaube, wir sind entkommen. Ja, glaub ich auch. Hoffe ich. Puh. Da war ein Dingelhopper. Ich hab den. Neut, hier unten. Immer schön ausweichen. Dingelhopper. Hier unten. Aua. Wow. Ich bin nicht Neut. Da war ein Dingelhopper. Ich bin nicht. Oh. Weiter. Okay. Hier oben. Ich hab... Oh, oh. Nee, 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 nee. Lass... Lass... Gib kein Essen. Heute kein Fischstäbchen, Junge. Junge, schmier! Schneller! Oh, oh. Bitte, 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 bitte. Ich hab grad echt Panik, Mann. Ich hab genauso Augen wie mein Kostüm. Ist er jetzt weg? Ja, ist er. Dingelhopper. Drei von fünf. Ich würde das nicht nochmal machen. Ich hab Panik. Super, Junge. Wir haben ihn abgeholt. Nein, haben wir nicht. Weil ich hab noch nicht alle Dingelhopper. Schwimm, das ist das Bullauge, Junge. Das Bullauge. Welches Bullauge? Da ist ein... Oh, oh. Du! Hinter uns, garantiert. Wo ist der hin? Garantiert. Nein. Hier kommt Lucy. Schneller, Jungs. Schwimm, schwimm. Boah, bitte lass mich alle Dinge in den Hopper finden. Nee, mit Sicherheit nicht. Du weißt doch, die Musik ist noch da. Mama. Wow, gefährlich. Okay, die Musik ist weg. Da ist ein Dingelhopper. Schnell das, Jungs. Hä? Ich hab den doch. Junge, ich hatte doch den Dingelhopper. Los, schwimmen. Schnell durch das Loch. Oh, nö. Oh, nö. Muss ich das nochmal machen? Lucy. Ich hab erst drei von fünf. Boah, ich hatte gerade echt Panik, ey. Das war ein bisschen angsteinflößend. Ist er weg? Ich hoffe. Weil die Musik... Ich weiß nicht. Ich trau dir noch nicht so ganz. Los, weiter. Ist alles okay? Vorsicht, die beiden. Könnt ihr nochmal Dingelhopper kommen? Da. Vier von fünf. Einen brauch ich noch. Komm, bitte. Bitte gönn. Einen noch. Natürlich. Ist okay, weil ich brauche noch ein Dingelhopper. Falsche Taste. Äh. Da, da, da. Ich hab wieder falsche Taste gedrückt. Und ich hab den Dingelhopper verpasst. Oh, nö. Wie doof kann man sein? Ja. Das ist die Antwort. Das war knapp. Ich vertu mich immer mit B und A. Komm, ein Dingelhopper noch, Junge. Bitte, 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 bitte. Esse. Nee, nix essen. Wir müssen sofort hier weg. Okay. Etwas schwimmt alles. Ich will, ich will nicht nochmal. Oh, wei. Doch, das war's. Oder? Na toll. Wirkende und Hackende, Leute. Alles okay? Hm. Mahlzeit. Ach, es tut mir leid. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Ich sehe rot und ich... Tja, ich... Ist okay. Schon okay, Bruce. Du wolltest ja nur spielen. Alles okay. Sicher, Kumpel? Hab's nicht so gemeint. Ehrlich. Ich würde niemals... Oh, Entschuldigung. Also, bis später, Bruce. Bis später, Dude. Bis später. Wir haben nur vier Dingelhopper. Vielleicht kriegen wir in diesem Kapitel noch einen Dingelhopper. Ich hoffe. Weil ich hab grad echt Panik gehabt. Okay, komm. Bitte. Bitte lass da noch ein Dingelhopper sein. Okay. Achte auf die Hindernisse, LS. Und mit A kannst du springen. Okay, alles klar. Hey, Mini-Dudes. Darf ich vorstellen? Der fantastische OAS. Das ist so cool. Wow. Bisschen Entspannung nach der. Hey, dieser Blechwald kann dich zur Oberfläche befördern. Oho, kleine Dudes. Dudes. Komm an, im ost-australischen Strom. Was ist? Kommst du auf ne Runde mit? Da ist Crush. Oh, Crush. Das wäre toll. Danke. Cool. Halt dich an Rucker fest und los geht's. Okay. Oh ja, cool. Ich kann jetzt die Schildkröte steuern. Der ost-australische Strom ist echt der beste Teil des ganzen Ozeans. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir hier noch Dingelhopper finden. Keine Sorge, Dudes. Das große, weite Meer ist voller Überraschung. Hier geht's gleich richtig ab, Dudes. Festhalten. Gar nicht schlimm. Hä? Ich bin noch da durchgeschwommen. Oder nicht? Links oder rechts? Wohin? Äh, rechts. Wow. Der UAS ist heute echt beliebt. Ja. Muss ich echt nochmal den Hai machen? Kannst... Können wir hier noch einen Dingelhopper einbauen? Eventuell? Einen Dingelhopper, bitte. Die Stimme ist voll geil. Echt knapp, Dudes? Dude. Wow. Immer auf einen Adrenalin-Kick aus. Was hab ich denn da jetzt mitgenommen? Okay, was hatte ich jetzt da gerade... Auf den Quallen kann man hüpfen. Echt? Achtung, Quallen. Kann ich darauf hüpfen? Ja. Springt auf die Quallen. Was erforschen wir? Was? 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 Ey, ich hab... Hab ich das Geheimnis? Hab ich... Hab ich das... Ich möchte auf den springen. Achso. Springen, warte. Stimmt, hier. So muss ich machen mit A. Ähm. Ich brauch noch einen Dingelhopper. Oh, ich will nicht noch mal... Ich war sehr zuversichtlich, dass wir hier noch einen Dingelhopper finden, aber wahrscheinlich... Echt knapp, Dudes? Jetzt wird's knifflig. Anscheinend wird das nix. Wow, dieser wird knifflig. Rasser Wipeout, Dudes. Ja. Schade. Dann müssen wir das wohl noch mal machen. Oder ich... Jetzt rät dich ab. Oder ich kann... Waha! Heftiger Stromschlag direkt vorab. Ja. Oder... Brauch ich nur noch einen Dingelhopper. Hm. Weil wenn ich nur noch einen brauche... Dann, ähm... Könnten wir da reingehen, kurz einen Dingelhopper holen und dann wieder rausgehen. Weil die Verfolgungsjagd, die hat mich echt gestresst. Wir haben ja schon fünf Sterne. Echt knapp, Dude. Das stimmt. Okay, hätte mir auch einleuchtend sein, und das war hier kein Dingelhopper, Finn, weil... Das kriegst du immer nur in einem Kapitel, die Sachen. Also, wie ich das bis jetzt festgestellt habe. Wahnsinn, Dudes! Absoluter Wahnsinn! Immer auf einen Adrenalin-Kick aus, was? Oh. Ja, die Fische, die... Waren halt sehr langsam. Okay, und wir sind da, kleine Dudes. Wie versprochen. Los, los, los! Super! Geschafft! Oh, die Attraktion ist schön. Vor allem die Musik. Bis später, Dudes! Wiedersehen! Auch wenn... Bruce, die mich ein bisschen gestresst hat, aber... Ja, sollen wir dann... Dann machen wir das so. Pass auf, dann gehe ich jetzt da rein. Genau, dann gehen wir da rein, überspringen jetzt die Cutscenes, und dann holen wir nur noch einen Dingelhopper und gehen dann wieder raus. Ich hoffe, dass das so klappt. Okay, überspringen. Los. Weil das hat mich echt gestresst. Schwimm schneller! Und ehrlicherweise, ich hatte Bruce gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ah, okay. Ah, jetzt kommt der wieder. Stress! Spam-ein! Ich spam! Spam, 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 spam! Hierher! Spam-ein! Ich glaube, wir sind da drum. Ja. Hier lang! Wo sind Dingelhopper? Ich brauch nur einen. Da, da, da. Jetzt haben wir... Eins von fünf! Oh, nee! Immer schön ausweichen! Hier unten! Das wird resettet. Wow! Das ist auch nicht los! Okay, nach unten. Ja, hab ich mir gut gemerkt. Hier hoch! Hier kommt Brucey! Ja, 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 chill mal. Das war knapp. Wir wissen doch, was dir nachher passiert. Kein Grund zur Beunruhigung, Freund. Temptor! Spam! Junge, das wäre so ein Albtraum. Stell mal vor, du bist da. Ich muss vor so einem Hai wegschwimmen und muss auf mich verlassen, dass ich X drücke. Wow, gefährlich! Junge! Super, Jungs, wir haben klappt! Da ist ein Ding, Hopper. Okay, wir haben drei. Das mit B und A, das ist immer so verwirrend. Okay. Ich kann nicht überspringen. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ich wusste es. Ist er jetzt weg? Ja. Natürlich. Hier kommt Brucey! Schneller, Jungs! Schwimm, schwimm! Komm, gib mir noch zwei Dingel, Hopper, bitte. Oh, das ist blöd, das hat er nicht speichert. Weil ich habe ja schon die eigentlich gesammelt. Da, 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 da. Hä? Ich hatte den doch! Da war das schon wieder. Okay, das hat er auch nicht eingesammelt. Komm. Ich brauche noch zwei Dingel, Hopper. Ich will nicht noch ein drittes Mal das hier machen. Bitte. Gib mir noch ein Dingel, zwei Dingel, Hopper. Boah, meine Hände sind nass geschwitzt. Vor Stress. Dudes! Unter den Balken durch! Ja, aber... Ich brauche... Jetzt vier. Okay, einer fehlt noch. Wenn wir den gerade nicht gekriegt haben, dann raste ich aus. Dann bin ich echt sauer. Sushi! Meine Schreie! Was, Sushi? Gibt es Sushi? Los, Dudes! Okay. Ja, 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 ja. Stimm, schneller! Jetzt ist ein Fuss-Einputz in dem Wort. Ja! Ich mache mir gerade viel mehr Sorgen um meinen Dingel, Hopper. Da. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Alles gut. Ja, lang, Dudes! Okay. Dingel, Hopper. Oh! Okay, jetzt haben wir eigentlich keinen Stress mehr, außer wir müssen halt vor dem Hai abhauen. Juhu! Juhu! Ja! Und ich muss den Dingel, Hopper abgeben. Ganz schön laute Musik, ne? Aber okay. Okay, die hatten wir ja schon, die Cut-Szene. Puh! Wir haben es. Zurück zum Park. Ja! Nass geschwitzte Finger, ey! Oh! Aber das ist eine sehr, sehr geile Attraktion. Alle drei Kapitel sehr, sehr gut. Auch die zweite, ne? Auch wenn du da Stress hast, aber das zweite Kapitel ist auch okay. Oh! Aber erst und dritt hat mir am besten gefallen. War so entspannt, so chillig. War gut. So, dann gehen wir jetzt mal ganz schnell den Dingel, Hopper ab. und erzählen natürlich, es war gar kein Problem. Ähm. Findenken, Neimos, Submarine. Voyage, T-Shirt freigeschaltet. Okay, alles klar. Nee. Ich will einfach nur abgeben. Ich bin gerade super glücklich. Ich habe einen Haiangriff überlebt. Ich will jetzt gar nichts runterholen oder da finden oder sonst irgendwas. Äh? Der hat mich veräppelt. Der hat mich veräppelt. Hier kommt Brucey. Okay. Dann gehen wir das jetzt ganz schnell ab. Ganz schnell. Und erzählen natürlich, ne? Wie gesagt, gar kein Problem. Es war gar kein Problem. Da haben wir so erledigt. Zwei Minuten waren wir durch. Okay. Wir müssen hier hoch auf jeden Fall. Die, die. Das ist meine Einnahme. Die geht gerade verloren, da das hier alles lizenziert ist. Da, da. Ariel. Scuttle wird so glücklich sein. Danke. Ich werde seine Sammlung von jetzt an sicher aufbewahren. Das ist schön. Scuttle schlägt wieder zu. Ich hoffe, du findest noch ganz viele Muscheln. Ja. Bestimmt in der einen Attraktion. Das nehmen wir natürlich hier direkt mit. Das ist ja hier um die Ecke gewesen. War das letzte Mal auch hier, weil irgendwie, ich bin noch hier gelaufen. So. Wir werden auf jeden Fall, 28% haben wir schon. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bedanke mich fürs Zuhören. Und beim nächsten Mal werden wir natürlich die ganzen anderen Sachen machen, außer Flucht der Karibik. Bis dann. Tschüss. Tschüss.